Wir kommen zur Frage FG4, warum ist Gott nicht zu sehen? Die Antwort lautet, die ersten von Gott geschaffenen Menschen, Adam und Eva, lebten in der Gemeinschaft mit Gott, sodass sie ihn auch von Angesicht zu Angesicht sehen konnten. Im Sündenfall trennte sich der Mensch von Gott. Es ist ein heiliger Gott, der jede Sünde hasst und somit endete diese ursprüngliche Gemeinschaft. Gott wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann. 1. Timotheus 6, Vers 16 Darum werden wir ihn erst wieder sehen, wenn wir nach dem Tode in sein Vaterhaus kommen. Der Weg dorthin ist nur durch den Herrn Jesus möglich. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus uns, niemand kommt zum Vater, denn durch mich.